Novala Nalova stellt klar, ihr Ex sie mit Baby Novala Nalova, 31, stärkt ihren Ex den Rücken. Vergangenes Jahr hatte das Liebesleben der Influencerin für mächtig Schlagzeilen gesorgt. Nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Nola hatte man ihren Noch-Ehemann Pooja mit einer anderen Frau erwischt. Kurz darauf trennte sich der Social-Media-Star vom Vater seines Kindes. Seither sieht man Farina. Wie die Netzbekanntheit mit bürgerlichem Namen heißt, meist nur noch allein mit ihrer Tochter. Für die Fans steht fest, sie ist eine alleinerziehende Mama. Doch wie Farina jetzt klarstellte, sei sie alles andere als alleinerziehend. Ich wollte mal eine Sache klarstellen zum Thema alleinerziehend sein. Weil ich viele Fragen dazu bekomme oder auch zu Unrecht gelobt werde. Weil ich zu keiner Zeit alleinerziehend war oder bin. Ich habe die hundertprozentige Unterstützung von Nolas Vater. Verriet die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sowohl sie als auch ihr Ex sollen sich gleichermaßen um ihren Nachwuchs kümmern. Der macht genauso viel wie ich, wenn nicht noch ein bisschen besser tatsächlich. Weil er eine ganz andere Geduld hat, betonte Farina. Neben Nolas Vater bekomme die Influencerin zudem auch viel Unterstützung von den Großeltern der Kleinen. Ich fühle mich überhaupt nicht alleinerziehend oder überfordert, was das angeht. Und das wird und soll für immer so sein, definitiv, stellte die 31-Jährige klar. Daher wolle sie auch nicht für ihre Leistung als Mama gelobt werden. Da haben es andere viel schwerer, erklärte Farina. Daher wolle sie auch nicht für ihre Leistung als Mama gelobt werden.